Die Midspieler sind die Mitspieler Ich war hier, Knolle war da, das waren die Gegenspieler Knolle spielt, hat mitgemacht Yukara, Fred Erwin und Yordle 34 auch, also der Leer Ja, ich grüße ihn auch schön von hier Und Knolle spielt natürlich auch Wir machen das demnächst zusammen wohl Knolle spielt, steigt da wahrscheinlich auch mit ein Dass er auch aufnimmt und das zeigt Kurzes Resümee hier Und ja, Spielverlauf Champions Wollte ich gerade noch reingeguckt haben Ne, nicht verfügbar, sondern ich habe schon Im Besitz Tristana mehr gekauft Noch Amumu haben wir ja die ganze Zeit Jetzt gespielt, Tristana auch Werde ich jetzt auch noch ein bisschen den Amumu Weiterspielen Und ja, gucken beim nächsten Level Vielleicht mal irgendwie schauen Dass man das wechselt, hier können wir auch in dieses Spiel noch reingucken Ne, hier waren wir die rote Fraktion Asreiter, Yordle, Knolle spielt, Yukara und Telekom Hieß der letzte Äh, ja, 109 Vasallen Und mit 148 98, da war ich mit 109 schon gar nicht mehr so schlecht Ne Ja, ein Kill Zehnmal gestorben Ich muss noch ein bisschen üben, ich merke das schon Also es ist nicht rosig Aber ich bin in der Gewinnerseite bei Also ich tease nicht runter Also das haben wir gerade Kurz noch da Hier sieht es so aus, dass ich ganz schlecht gespielt habe In dem Sinne Ich habe nicht so oft verloren Habe aber auch nicht so viel riskiert Und äh, ne Das war jetzt nicht so doller dann War aber auch ein kürzeres Spiel, ist klar, ne Deswegen, das ging ratzfatz da Aber Hätte besser sein können Ich weiß auch nicht Manchmal kriege ich irgendwie die Tasten nicht geregelt Muss ich gucken, dass es klappt, ne So Stufe 15 war 164 sind noch einige Spiele zu machen Damit wir die nächste Runde hinkriegen Aber ich denke mal Diese machen wir dann auch Ich werde das Spiel jetzt gleich starten Dann einsteigen Und ja, wir sehen uns gleich wieder Denke ich mal dann Wenn es im Spiel ist Ich runterbreche das gerade hier Bis ihr gleich wieder mit dabei seid Bis dann So, da bin ich wieder Und ich habe sogar ein paar mitgebracht Nehmlich den Jordl34 Alias Dirne Ja, hallo Und es ist auch noch Der Knolle spielt dabei Hallöchen Und in unserem Chat Aber leider Ich glaube auf einem Channel Den er irgendwo am Laufen hat Also einen YouTube Channel oder so Da haben wir noch den Oh, jetzt wird schwer Yukaha Ja, hallo Ja, der ist auch noch dabei Gut, und wo habe ich gesagt Ich muss Bottom laufen Dann gehe ich mal hier hin Und gucke mal zu Dass ich dann irgendwie überlebe Ja, ganz interessant Ich hatte erst die Ankündigung gemacht Dass ich das alleine mache Und dann sind die anderen mit mal Alle eingestiegen Waren mit mal auch da Fand ich schon cool Na klar, ne? Ja Die nehmen es leider nicht auf Ich bin alleine am Aufnehmen Aber sie wollen mich auf jeden Fall unterstützen, ne? Genau Damit ich nicht wieder ein Spiel verliere Bald kommt von mir auch die Aufnahme Wollten wir erst mal ein Joll haben Was heißt nach diesem Spiel? Ich hatte mir ja heute Ich habe heute allerdings gesehen Du hast ja eigentlich viele Spiele gewonnen, ne? Ja, ich Ja, du Ja, ich habe Ich sehe nicht so schlecht Ich gewinne immer mit den anderen Ich sehe schlecht aus Aber ich gewinne immer mit den anderen Stech mal den Timo ab Was ist denn da unten drin jetzt passiert? Da ist irgendwas Timo ist dein Freund Freund und Helfer Alles klar Oh scheiße Ich sehe gerade Ich habe gar nichts im Shop gekauft Es hat ja wieder gut geklappt Super Aufnahme Total nervös Genau Einfach losgelaufen Zu viel gequatscht So eine Scheiße Ja dann Zuhren wir uns Freunde, ne? Wie der Kleine so sagt Finde ich schon cool Ja, komm Ach, da ist schon der Gegner Ja, ich glaube Wir gehen erst zurück So wie das aussieht Ich werde wohl den Hier nicht so schaffen, ne? Ah, jetzt habe ich mir natürlich Den falschen gekrallt Aber egal Meine Mitstreiter sagen nichts mehr Wie lassen wir den Vortritt Ja, wir sind konzentriert Ihr seid hochkonzentriert Könnt ihr mal Okay Kommen wir nach dem Tod Ich brauche noch ein paar Punkte Oh nein Hat schon gut gelickt Wieder einen falschen gekrallt Shit Ich habe nur falsch geskillt Oh, das war ein guter Heal Okay So, jetzt können wir unser E anmachen Was ja auch ganz nett ist Eigentlich immer hier Oh, Punkte sammeln Ah, jetzt greift er mich an Shit Ich glaube, jetzt gehe ich mal besser zurück Ja, er hat recht Suchen wir uns Feinde Sagt der Kleine Aber ich hole mal wieder zurück Suchen wir uns Freunde Hat er gesagt Oh, der Kindbritt Ja, komm Ich muss mal einmal in die Basis zurück Und hier in den Shop rein Und dann muss ich erstmal überlegen Was ich nehme, ne? Ist ja immer so schwierig am Anfang, ne? Was sollte ich nehmen? Oder kommt die Lieblung? Den nehmen wir Also wir sind noch zu nah So, dann geht's wieder auf Zu dem Gegner hin Oh, die haben gleich schon wieder Den ersten Turm erreicht Dann müssen wir auch wirklich was tun, ne? Wie sieht's bei euch aus? Ja, ne? Sieht gut aus Sieht gut aus, ne? Ich bin doch nicht gestorben Ist doch schon mal was, ne? Das ist sehr gut Noch nicht Ja, meistens sterbe ich doch schon In den ersten 5 Sekunden Aber Dann sag ich nur Gegen den Blitzcrank aufpassen Hab's ja noch Probleme Was? Lass mich mit dem Kumpel Ach du heilige Scheiße Was? Was war das wieder Für eine schwere Sache, ja? Okay Okay, wir müssen weiter vor Wie kommt der denn dahin? Der hat das in mir auch gerade Ich hab noch nicht gegen die Lauge spült Obwohl ich auch das Lauge spüle Wunderlich nicht Ich meine, die sind jetzt schon mindestens ein paar Wöchchen draußen, ne? Aber die sind ja auch schon wieder weg, ne? Aber echt schlecht Irgendeine komische Spur auf der Erde Kenn ich auch nicht, was das ist Spiel doch mit mir Kumpel Spur So grün, ne? Alle so giftig oder sowas Du musst aufpassen Ich muss immer aufpassen Shit nebenher Und jetzt holt er mich ran, der Doofmann, ey Es war schon wieder für mich Ich glaube, ich geh schon wieder nach Hause So, ich bewege mich mal zurück Das hat keinen Sinn, so Rückrufaktion starten So, und dann gucken wir mal Da geht schon was Die schnellen Schuhe sind ja vielleicht auch nicht schlecht, ne? Einmal auffüllen Und dann geht's wieder nach vorne Ich hab schon was gelernt, ne? Ich fülle mich jetzt wieder auf und so Seid ihr noch da? Ja Ja Das ist ja schon mal was Hochkonzentriert und mit Gehen wir kurz zurück, ne? Gehen wir kurz zurück, ne? Das nehmen Cool Okay, das war wieder nichts Wohin gehen wir? Bei der ersten Tötung... Shit, der ist ganz schön stark, oder? Oder wie sehe ich das? Ja... Okay... Geht jetzt mal wieder... Ach, da hat sich einer versteckt... Suchen wir uns Feinden! Oh, ich... Bin immer noch irgendwas anderes gewohnt... Weißt du wirklich was, aber wenn ich weg bin... Jetzt hat er mich wieder genommen, der sagt... Und schon wieder bin ich tot, also dieser... Steingolem, oder was ist das für einer? Witzcrank, das ist ein... Ich nehm mal hier was vom mit... Dann hab ich zwei, ne? Ja, das reicht erstmal für den Anfang, ne? Ne, ich bin ja der totale Noob, ne? Weil ich kenn das Spiel überhaupt nicht, ne? Und die anderen kenn das schon alle, und deswegen seh ich immer so schlecht aus, ne? Aber... Deswegen... Ach, darum ist das so... Darum ist das so, genau... Ich, ich... Echt seit Strategiespieler, ne? Kann das nicht... Kann nur so Simulationen und so... Aber man muss sich auch mal wagen, ne? Wischen... Oh ne, ist doch... Bisschen unfair, aber egal... Äh, ich würde aufpassen... Ich glaube, die Leblanc, die kommt hoch... Okay... Mal wieder ins Zentrum, oder wie ist das? Mal ein bisschen... Das geht... Ach, geht... Es fehlt nur ein bisschen was... Ja... Das ist ein Bot... Ne, das ist kein Bot... Den kriege ich gleich noch... Oh, der Blitzcrank... Ach... Mach dir... Stern... Oh, ich bin leider gestorben... Guck mal, ne? Ah... Wurde was getötet, wie immer... Was sonst? 450 könnte vielleicht schon was gehen, oder? Ah... Shit... Auf jeden Fall das hier, das ist gut... Das nehme ich schon mal mit... Ach... Wir sind schon wieder... Im grünen Bereich, ne? Lass den schon mal laufen... Hm... Ringo ist da... So... Okay... Wurde... Wurde... Ist er schon wieder raus? Nein, schon wieder raus. Ja. Lauf doch weg, ey! Warum läuft er nicht weg, ey? Das ist doch immer doof! Er ist schon viermal gestorben, das geht ja gar nicht. Ah, Mann, ey. Aber top läuft, wa? Top läuft, ja. Wir kommen jetzt gerade erst richtig ins Spiel. Mach mal hin, ey, ey. Jetzt haben wir 600. Nehmen wir das erst noch. Da versteckt sich links einer. Wo ist er denn? Da kommt er. Wo hin gehen wir? Tja. Äh, kommst du da mit? Wo hin? Spiel doch mit mir! Ahhhh... Spiel doch mit mir! Und soo. Näe. So schnell kommt er nicht weg. Hey, weg hier, weg hier. Er hat mich schon wieder gekriegt, der Sack. Hey, gibt jetzt wie das hier immer war. Haha. Neneh, jetzt kommt man da neben. Dort, oder soll man das ist vom Kindred, oder von... Oh, die Motoren! Oh, die Motoren! Oh, ja! Oh, so kurz! Oh, ja! Ja, ist gut, das Crack ist gut! Dieser Mestodonte, oder wie der auch immer heißt, der ist schon rabiat! Schlitt 4-0! Und da komme ich endlich! Mittendrin steht nur dabei, ne? So, jetzt müssen wir mal gerade hier steigern. Dann nehmen wir mal einen kleinen, lecker Heiltrank, ne? Suchen wir uns Freunde! Oh! Ich glaube es nicht! Ich glaube es nicht, hä, wisst ihr das? Ein Gegner wurde getötet! Ach, schade. Terminiert. Double Kill und Tod. Kommen wir weiter vor. Okay. Ja. irgendwie gern so eine eisenbahn an der fronte oder so was damit schneller geht also ich komme kommt einer weil es offensichtlich ist sie ist zurückgegangen mal einen guten einsatz aber leider auch wieder tot rausgekommen ja heilige schweizung macht schaden das ist ja nicht mal und los geht so laufen kann ich schon ganz gut das ist alles nicht wahr wie die da kämpfen nur ich weiß nicht kann sich gar nicht vorstellen dass es überhaupt geht eine rechte er muss immer nur am ende so stark ich bin wieder nicht kaputt gegangen und er ist wieder kaputt gegangen das kann doch irgendwas nicht stimmen oder irgendwie ist einem spiel was scheiße du bist zu spät reagiert ich bin zu langsam ich merke das schon kacke so 10 sekunden noch gerne nicht so wie man sie später hat hier ist zu spät erst losgegangen 200 leben warte ich da drauf oh da ist einer so 750 punkte 50 punkte warten oder laufen 750 770 habe ich schon das läuft ziemlich schnell hoch da warte ich lieber dass sie mir noch was kaufen kann oder wie viel kostet es denn 800 ich habe jetzt 750 gehabt jetzt ist schon 800 gleich ich kann es ja gebrauchen so eh das kann nicht sein blitzcrank kommt immer dann dodge ich seine q und stepp drauf Das kann nicht sein, dass er mich schon wieder hat, ne? Der erste Kill vielleicht? Aber du glaubst es dir nicht. Nein, ey. Todesmutig wieder reingelaufen, ne? Naja, wenigstens habe ich jetzt hier volles Ding. Amulett der Eisernen Solari oder so ähnlich heißt das. 400 Leben gibt es dazu, 100 Lebensgeneration plus. 20 Magieresistent, Abblinkzeit verringert. Komm schon. Nein. So, gekauft und los geht's. Bisse, so macht man das. Man macht die Ulti an und wartet, bis er springt und dann stumpt man den. Ah, okay. Er hat keine Chance mehr. Hey, komm zurück! Hey, keiner da. Kämpft ihr weiter vorne, oder was? Wir sind doch schon genug. Ihr Team hat einen Turm zerstört. Oh. Ein erster Turm ist gefallen, oder waren schon mehrere? Ich habe es vielleicht nicht mitgekriegt, weil ich noch gestorben bin. Spiel doch mit mir. Suchen wir uns Freunde. Aha, suchen wir uns Freunde, genau. Ah, da in der Mitte kommen sie zwei auf einen. Das ist ja wieder voll gemein, wahrscheinlich. Boah, jetzt sind sie alle vier, oder was? Oh, Mann, ey. Kaum zu glauben, ey. Waren es drei oder vier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zu viele. So, den haben wir ja schon. Den nehmen wir als nächstes hier. Das nehmen wir noch mit. Wie lange brauchen wir noch? Aber wir sind schon wieder da, alles gut. Okay. Ich glaube, da ist sein Timo tot. Ja, ist tot. Timo ist tot. Fals, 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 Fals. Mensch. Ja, gar nicht, ey. Okay. Was ist das gerade gewesen? Was sind das für komische Füße? Ja, schade. Schade. Tentakel. Kaum zu glauben, ey. Schwede. Blutrausche. Blutrausche. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Ja, und wir nehmen es. Bitte schön. Wollte nicht geruckt werden. Wohin läuft er. Wer? 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 Der Kindred. Oder das Kindred. Oder die Kindred. Da ist diese Blonk. Da ist die andere Richtung geruckt. Oh, das geht nicht mehr. Das ist so blitzig. Haha, du schade. Mann, 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 Mann. Ja, und wieder sind wir im Dauerwarten, bis wir wieder reinkommen. Irgendwie ist das nicht so ganz das Wahre bis jetzt. Aber, naja, Tristana wird mich bestimmt rausreißen. Wohin gehen wir? Aber erstmal muss ich mit Amomo ein bisschen was reißen, das hat ja alle keinen Sinn, ne? Auch wieder so ein paar Punkte vor der nächsten Stufe. Spiel doch mit mir. Irgendwas wie die Künstler ist so schön. Hey. Nein, ich war schon weg. Ja, jetzt hat er dich erwischt, ne? So eine Scheiße. Oh, da kommt der Nächste. So eine Kacke. Zwei, das geht gar nicht. Nicht stolpern. Nicht stolpern, Mann, du wurdest getötet, ja, alles klar. Ah, 450 kommen wir schon. Hier ist sie, und die müsste ich irgendwo in der Nähe sein. Jetzt ist sie weggelaufen. Ja, und da laufen wieder 18 Sekunden rum, da. Hier, nimm du den. Ich hab keinen Mana. Braucht ihr nicht. Bulldog habe ich. Tja. Spiel doch mit mir. Auf geht's. Hey, komm zurück. Ich weiß nicht, warum wir gleich vielleicht umdrehen und dann zurückkämpfen? Oh, nein, ich weiß nicht. Oh, das nervt aber, dass ich immer hier diese Tentakel auf mir habe. Ach, da. Oh, der Tower steht noch. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Oh, okay. Spiel doch mit mir. Weiß sie. Oh, nein. Oh, das war knapp. Knapp. So, jetzt aber hoch. Oh, wäre schön. Oh, der ist wirklich ein neuer Kürze. Nee, gibt's doch gar nicht, ey. Ich hab's wieder nicht geschafft. Oh, da kommt Renga. Pass auf. Ja, keine Sorge. Ja. Wie viel brauchen wir? 850 Punkte, gibt's da was? 875 gibt's hier auch. Ja, aber... Das können auch 875. Aber es ist 200 Gold. Angriffsgeschwindigkeit. Ah, was haben wir jetzt gemacht? Den falschen gekauft. Hm, kann ich dir auch verkaufen? Geht's verkaufen, nur weil ich lebe, oder was? Was? Wenn du im Shop bist, kannst du nur kaufen. Und das geht auch, weil ich tot bin, oder? Ja, du hast doch dein Inventar voll, dann kannst du nicht kaufen. Ja, ich will doch verkaufen. Ja, dann musst du auch verkaufen drücken. Ja, geht auch, okay. Ich dachte, das wäre ausgegraut. Das sah nur so komisch aus, alles klar. Okay. Den tue ich auch erst verkaufen. Und dann kaufe ich mir den. Oh, leid. So ist das besser. Nein, alter. Ach, komm mal weg. Jetzt ist da hier schon wieder dieser... Ah, guck mal an. Ich habe hinter der Alwand gegriffen. Die macht ganz schön Schaden. Nein, aber heute ist okay, dann macht das Sinn. Das ist doch nicht wahr. Mann, 14. Ich glaube, du bist auch wie noch nie gestorben. Doch. Danke. Das baut mich auf. So ein Fack. Komm, dann nehmen wir den noch mit. Mann, 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 Mann. Ich geh mal hierhin. Kommt schon. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Genau. Da ist irgendwie... Es geht nicht. Komm zurück. Ey, diese komischen Tentakel greifen mich an, wenn ich zu nahe komme, oder was? Weiß es nicht genau. Suchen wir uns Freunde? Die Mechanik, von denen ich noch nicht verstanden habe. Okay, ich glaube, ich bin vorbei. Das geht schon mal. Suchen wir uns Freunde? Ein Gegner wurde getötet. Euer Team hat einen Turm zerstört. Okay. Ein Verbündeter wurde getötet. Ich glaube, ich sterbe. Das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr, oder? Ah, ich rieche nur von einem Turm rein. Deswegen, alles klar. Das hätte ich natürlich nicht tun dürfen, ne? Ja, dann lernt man was, ne? Wenn man League of Legends spielt. Lernt man was fürs Leben. Lernt man was fürs Leben, genau. Renne nie in den Gegner rein, wenn er von hinten beobachtet wird, ne? Warte mal, ich bleib mal noch beim Händler. Ich glaube, da könnte ich mir doch viel halten, ne doch nicht, oder? Ja, doch, 750, den Verkauf und dann müsste... Sie haben doch nicht schon reichen, ne? Da sollten wir auch einfach mal eine kleine Tech-Speed-Attack-Kuss kriegen. Ach, komm, los, auf jetzt. Spiel doch mit mir! Warte mal, komm, los, komm, nach unten gelaufen. Oder nach oben, aber nicht. Komm schon. Musst du aufpassen, du bist irgendwie verflucht, dann kommen, sag mal, ab und zu ein paar Tentakel bei dir nach näher. Wohin gehen wir ja? Mhm. Ah, die machen dann. Warte, da geht aber auf den Sack, wie lange hält das? Aber relativ lange. So, vorwärts geht's. Wir haben den Drachen bekommen. Wir? Nee, die. Aber es war knapp, das weiß ich. Ja. Ich hätte ihn fast noch bekommen. Ich glaube, der Rengard hat auch anhand des Meistens. Oh, du bist schon das, weil ich da unten kann. Obwohl... Oh, wo? What? Da kommen hier die Plays. Da hat er gerade heimlich im Schock geübt. Was? Geh doch noch mehr. Hey, jetzt lauf weg. Oh, wieder gestorben. Du glaubst es nicht mehr. Ich glaube, ich muss dir mal richtige Schuhe kaufen. Kacke. So, das hab ich, ne? Und das kann ich dann gegen so ein anderes Ding tauschen. Gratis gibt's das. Gefrierst du die Hydra? Nee, die brauchst du nicht. Die Titanische ist besser, oder was? Oh, das ist eigentlich gar keine Hüterer. Das ist schon besser für mich, glaube ich, weil... Da kriegt man Lebensenergie. Das ist für mich wichtig. So, ich brauch so Selbstgeneration. Oh, ich hab D anstatt F gedrückt. Okay. Ein Verbündeter wurde getötet. Gegnerische Doppeltäter. Suchen wir uns Feinde. Was passiert denn hier was? Gar nicht, gar nicht. Wieso? Ach, der war noch nicht... Alles klar, hatte ich erledigt. Hätte man vielleicht vorher gucken müssen, ne? Dass... ...etwas noch nicht... ...down-gecooled ist. Nein. Down-gecooled. Hm. Oh, fuck. Cooldown, oder wer ist es? Das ist ein Verbündeter wurde getötet. Ass? Ich hab halt in die Wand geflasht. Ich wollte eigentlich drüber. Oh, der Welt ist vielleicht sowieso gewesen. Ja. Oh, die machen so weit schon mal. Ja. Ja, guck mal. 15 Köln. Da. Dann macht das auch Sinn. Wow. Ich dachte, sie sind schon wieder ein Torben kaputt. Die sind schon ins Gefiedet, ey. Wer war das? Auf, der Mann bist du weg. Ich geh da jetzt mitten rein. Stimmt, der Kindred. Wenn du schon 18 Mal tot bist, dann spielst du auch keine Rolle, ob du noch mal 18 Mal tot bist, oder? Doch, das spielt eine Rolle. Echt? Absolut. Ja, klar, du darfst nicht so negativ denken. Ah, das ist das, warum ich immer verlieren. Mann, 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 Mann. So, was macht der? Rüstung, 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 ist jetzt doof. Ein Gegner wird zum Berserker. Verdeen. Ich bleib giftig, kriegst du ja alle. Ich glaube, das macht nichts. Das macht Geld. Boah. Lange, drei Sekunden noch, naja. Ja. Okay, das geht da nicht mehr. Obwohl, da warte ich noch grad. Nee, das... Achso, ich hab keinen Platz mehr, deswegen geht das nicht mehr. Alles klar. Aber dann krieg ich den noch. Gut. Spiel doch mit Nilla. Terminiert. Oh, Kindred hat den ersten Kill. So. Hab ich auch fast gekriegt. Suchen wir uns Freunde. Der hat bestimmt schön reingefiedelt, der Kindred. Ist es eigentlich der, die oder das? Glaubt der, ne, oder? Keine Ahnung. Ist egal, dass... Kindred besteht aus Wolfram Lärm. Suchen wir uns Freunde. So, jetzt geht's wieder vorwärts. Weiter Kill. Ja, hör mal. Geht ja richtig rund hier. Hey, komm zurück. Oh nein, Rengar. Ich komme. Ein Gegner wurde getötet. Terminiert. Schön. Jetzt hat er mich wieder gepackt, der Sack. Krieg wieder einer auf die Nase. Schön, dass man ghosten kann, wenn man ihn da nicht braucht, ne? Okay. Bin doch nicht fertig. Jetzt hat er mich wieder gepackt. Ey, der ist fast tot gewesen und ich... Loser bin ich, ey, weißt du was? Du hast ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt, aber nur so. Erster Kill. Erster Kill. Uh, uh. Du glaubst es doch nicht, oder? Ah, die Star. Sonst geht die mal zurück. Ich glaub, der hat langsam gelernt. Hier, grüß ein Ruber. Oder Kindred. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ach, da seid ihr, verdammt nochmal. Ich such euch. Da jugend die alle. Ja, pass auf, ich lebe auf, kommt entgegen. Da. 17 Sekunden. Das ist die Fallschule, die noch nicht gehört. Da stehen wir Pils, oder? Ah, da ist die Richtige. Da stehen Pils, äh. Ist die reingelaufen? Ja, das war die noch. Wisstie. Da oben ist die. Mir kannst du nicht hinkommen, kein Flash. Jawoll. Ich bin doch nicht blöd. Die lassen uns doch nicht juken. Wohin gehen wir ja? Nie, das erste Mal, lol. Und wenn ich Level 3 bin. Huh, Copy. Können das noch gewinnen. Super. Boah, ey, die Folge ist so lang. Lass uns aufhören. Ey, läuft die Festplatte voll. Das fehlt noch, ja. Oh, oh, oh. Das war jetzt natürlich krass. Der reingelang ist irgendwie schon so richtig aggressiv hier. Sauber. Oh, no. Boah. Fuck. Multifix bin ich. Spiel doch mit mir. Nee, komm gar nicht ran. Die sind zu lahmarschig. Okay. Oh, weg vom Turm, ich durfte man wieder in den Turm gelaufen, so shit. Ah, hab ich gerade alles gemacht. Ich glaube, ich bin super. Wenn Sie Gromp am Ende willst. So. Musst, komm. Ah, 24, 24. Einfach bitte pushen. Oh, jetzt schon vier Kills, oder das Kindred hat schon vier Kills? Mhm. Die beiden. Kriegt man eigentlich extra Punkte als Loser des Games? Bestimmt. Am 6er wird ich eingeführt. Ein Gegner wurde getötet. Oh, ist okay, Blitzcrank. So, ich nehme den Inhibitors auch weg. Oh, Wrangler kommt. Ja, ja. Kann doch irgendwie nicht so... ...das, was er wohl will. Spiel doch mit mir. Jetzt haben wir noch Timo, jetzt können wir nicht verlieren. Ah. Komm, da auf, da auf, drauf. Oh, sehr gut. Alle sind tot. Wow. Aber jetzt können Reifig eigentlich finishen. Ah, LeBlock kommt wieder. Nein, ich kann nichts. Habt ihr einen Stunt? Habt ihr nicht. Ich hab den Turm kaputt gemacht. Geil. Ja, Pilze, es reicht. Pilze. Was bist du mit dem Raft? Und sie auch noch im Westen. Ja. Jawoll. Oh, LeBlock kommt wieder. Euer Team hat einen Turm zerstört. Oh, LeBlock. Das liegt. Ich brauche noch 3000 Gold. Ich brauche erst mal, ich brauche mal einen. Geht nichts. Ich hab's nicht geschafft. Super. 2,8 Boyd dafür, okay. Achso, das geht schon. Oder, nee, Quack, das hab ich schon, ne? Wenn wir da mal in der Gerade-Dopplane gehen... Das wäre, glaube ich, unvoll. Ein Gegner wurde getötet. Und... 400... Aber kein Platz mehr, alles klar. Äh, dann der weg. Warte, ich bin da. Ah, dann nehme ich halt... ... zur Base. Ja, Sarka. Suchen wir uns Freunde. Ein Gegner wurde getötet. Hm. Blutrausch. Ach. Doppeltötung. Ass. Bonus. Cool. Wir haben gewonnen. Oh. GG. Siehste, ich hab wieder verloren und ich hab gewonnen. Ja, so ist das Spiel halt, ne? Wenn man in einer Gruppe ist, die gut ist, da kann man auch als Loser gewinnen. Okay, aber ich sag mal zu meinen Zuschauern recht herzlichen Dank und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir vielleicht mal simultan aufnehmen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Bis. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020